Willst du mich verarschen? Wow, 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 wow. Chill, Digga. Chill. Was für chill? Was für chill? Ihr habt unsere Story-Funktion kopiert. Wir haben es ja nicht kopiert. Wir haben es doch einfach nur übernommen, was laut diesem Gesetzbuch erlaubt ist. Das ist ein scheiß Kinderbuch. Könnt ihr überhaupt irgendwas anderes außer kopieren? Elsa, das ist so egal. Kannst du jetzt endlich deine Fresse halten? Halt doch selbst deine scheiß Fresse! Hallo Leute! Alter, verpiss dich, Facebook! Verpiss dich, Facebook! Ey WhatsApp, hast du schon Snapchat gesehen? Ich sag's dir, so ein fettes Opfer. Ja, wie dumm muss man bitte sein, um zu vergessen ein paar Cent auf seine Sachen anzulegen. Ja, ich den ganzen Tag so Snapchat, Copy, Paste, Copy, Paste, Copy, Paste. Ja, ich meine, hast du schon das neue WhatsApp-Update gesehen? Genau der gleiche Knopf, genau die gleiche Scheiße. Genial. Sobald sind wir beide Snapchat nur zehnmal besser. Ey, WhatsApp und Insta! Vielleicht könnt ihr meine Story oder mein Design kopieren. Aber nicht meine neuen, geilen Filter! Neuer Filter, Copy, Paste. Copy, Paste! Es funktioniert nicht. Vielleicht liegt das daran, dass ich ein Patent für den Filter und den Song hab, ihr Bixer. Digga, was? Ja, do it! Copy, Paste! Copy, Paste! Do it! Ey, Insta, lass endlich aufhören mit diesem fucking Streit und Freunde werden! Du hast recht, Snap. Eigentlich bist du gar nicht so uncool, wie ich dachte. Du bist auch ziemlich cool, Mann. Freunde? Freunde, äh... Was ist das? Na, mein neues Update! Man kann jetzt Gruppen auf Snapchat erstellen! Du hast einfach meine Funktion kopiert! Ähm, war das nicht eigentlich meine Funktion? Nicht jetzt, WhatsApp! Das war meine Funktion! Willst du mich verarschen? Weißt du, wie oft du etwas von mir kopiert hast? Ach ja? Dann forderte ich dich halt heraus! Ach, du forderst mich heraus? Zu einem Dance-Duell! Hey, hey, hey! Here we go! Let's get loud! Let's get loud! Turn the music up, let's do it! Come on, people! Let's get loud! Let's get loud! Turn the music up to hear that sound! Let's get loud! Ich hab auch ein neues Update! Mann, verpiss dich, Facebook! Halt die Fresse, Facebook! Mmmmm... Leute, 2017 wird ein Jahr ohne Kopieren und ohne Nachmachen. Einverstanden? Du hast recht, Instagram. Ich meine, wozu weiter kopieren und die ganze Scheiße? 2017 fängt an und wir könnten alle einfach zusammenarbeiten oder etwa nicht? Ihr habt sowas von recht, Snap und Insta. Ich kenn euch zwar noch nicht so lange, aber von mir habt ihr ja noch nie was kopiert. Das find ich auch richtig cool von euch. Perfekt! Und als Feier des Tages machen wir jetzt noch einen Livestream und geben allen Bescheid. Man kann jetzt auf Insta sogar streamen? Ja. Streamen? Willst du mich verarschen? Das war meine Scheißfunktion! Äh... Tschüss! Willst du mich verarschen? Das war meine Scheißfunktion, Mann! Hey, Feier des Tages mit dem Auto weg! Na, zumindest hat er es nicht von mir kopiert. Feier des Tages mit dem Scheißaufwand! Das war meine Scheißfunktion! Ja! Es ist kalt! Okay, Social Medias, ihr habt insgesamt zwei Stunden Zeit für die Arbeit. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut vorbereitet und die Zeit beginnt jetzt! Okay, wer von euch war das? Also ich war's nicht. Ich hab noch nicht meine Messenger. Ich war's auch nicht. Ich meine, die Snapchat-Benachrichtigung hört sich doch komplett anders an. Ähm... Ja, okay, dann weichs! Halt es mir doch scheißegal! Ihr könnt mich alle mal! Äh, Whatsapp, was machst du da? Hey, Instagram! Willst du mich verarschen? Schon wieder schreibst du ab, ey! Hä? Du hast abgeschrieben? Ja, ja! Ich hab nicht abgeschrieben! Whatsapp, du bekommst eine 6! Snapchat, Insta, ihr bekommt auch eine 6! Ich hab eine Ziege gemalt! Herzlich Willkommen bei Sebastian sucht die Super Social Media App 2017! Der Gewinner von euch wird auf mein Handy gedownloadet. Also, stell dich mal vor! Hey, ich bin Musical.ly! Hey, ich bin Tumblr! Hey, ich bin Snapchat! Ich bin Google Plus! Ich bin's, Insta! Alles klar, was hast du denn so für Funktionen? Bravo, bravo! Ich sehe 7 Milliarden Menschen, doch die Menschheit fehlt. Ich bin mal mega fucking süß! Ich mein, schau... Dazu kommt... Scheiße, ich hab nur noch 5 Sekunden! Äh, äh... Und ich bin cool und angesagt und neu... Snapchat? Ich kann absolut gar nichts! Äh, nein! Ich kann einfach alles, Mann! Fotos, Livestream, Texten oder eine Story erstellen! Und alle diese Funktionen hast du von mir geklaut! Ihr seid beide saust! Ich habe noch eine Ziege gemalt! Ähm, Facebook, das ist hier kein Malwettbewerb. Oh! Ey, Leute, glaubt ihr eigentlich, dass ich dieses Mal als erstes ausgewählt werde? Ähm, nein, nein, nein! Definitiv nicht! Ach, danke, danke, danke! Wie jedes Mal! Oh, habt ihr das gehört, Leute? Ich wurde ausgewählt! Ich gehe, tschau! Das war so klar, Mann! Alter, Instagram, hör auf, die ganze Zeit meine Müsli zu fressen! Alter, willst du sein, das ist schon fest, Mann? Alter, hör auf zu streiten! Alter, ja, ich muss so oder so schon gehen! Tschau! Ja, 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 Mann, ey, verpiss dich! Ja, ich muss jetzt auch gehen, denn ich habe auch Verpflichtungen und werde oft benutzt! Ja, genau, ich muss jetzt auch weg, ich werde auch wieder getochtet, also tschau! Tschau, Leute! Du auch, tschau, Twitter, ich bin gleich weg! Was? Was? Oh, toll, bin ich jetzt der Einzige hier? Hallo, ich heiße Facebook! Äh, Schmoliken-Fiegen! Fuck! Hey, Musical.ly Insta, wie gefällt dich mein neues Update? Oh, hey, Snapchat, äh, äh, Whatsapp? Pff, was ist das? Na, mein neues Update, ich habe meinen Status durch eine Story ersetzt. Hahahaha! Hahahaha! Was ist das denn so lustig? Insta, du hast doch auch die Story kopiert! Ja, aber ich verwandle mich doch nicht in Snapchat, du Penner! Oh, mein Gott, soll ich die Snapchat 2.9 nennen, oder was? Hahahaha! Hahahaha! Mir doch scheißegal, was ihr denkt, ich find's cool! Hat jemand von euch Pfeife? Oh, hallo Facebook, könnte ich bitte ganz kurz deinen Staubsauger haben? Ja! Dankeschön! Oh, fuck! Du! 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 Aber was ist jetzt mit der Seife? Oh, hallo! Kennt ihr das? Na, immer wenn du hundig bist, wirst du zu so einer Made-in-China-Version von Snapchat! Besser! Besser! Snickers! Und die Story ist gegessen! Kann man Seife auch essen? Nein, Facebook! Oh! Musik Und dann bitte bei der Seife. Vielen Dank.